Moin, Freunde, eine Frage, nein, warte, nein, bevor wir das Video anfangen, seht ihr das? Da ist überall Tau, das sieht man nicht, das sieht man nicht mehr. Aber warum ist es so kalt? Ich schlippe es, wenn meine Pläne aufgeht. Geil, auf jeden Fall, Freunde, wollen wir euch heute zwei Arten von Burgern zeigen, und zwar einen ungesunden Burger und einen gesunden Burger, a.k.a. einen mit High-Protein, Low-Fat und den man easy-peasy in seine Diät fitten kann und einen, der ein bisschen krasser ist, der ein bisschen besser schmeckt, weil... Wir werden natürlich versuchen, beide gleich gut zu machen, dass beide super lecker schmecken, wenn es nicht gleich ungesund sein muss, damit es lecker ist, Leute. Das stimmt. Lebt euch zurück, lasst einen Like da. Und wir machen auch, also quasi, wir werden nicht nur das sein, wir werden euch einen Vlog hier raushauen, beziehungsweise einfach noch viel mehr. Let's start the video. Ach ja, Leute, übrigens, wir waren schon beim Training, wie man unschwer erkennen kann an meiner Kleidung. Smilodox-Oberteil neu, sehr, sehr gut, Freunde. Ja, Mann. Und nachdem es einen Protein-Shake gab, gibt es jetzt erst mal wie Daily am Start Kifr. Kifr ist gut für den Verdrahmung. Fass auch, du hast fast ungeschüttet. Du filmst die Decke. Ich glaube, Frau Müller-Milch ist besser als von Dovgan. Du musst ein bisschen Söder machen. Ja, Freunde, auch ganz wichtig, nach dem Training braucht man natürlich viel Energie. Ja, Mann. Demnach machen wir so ein Espresso. Ich finde, der knallt immer noch fasser, als wenn man das so aus der Maschine macht. Ja, das ist noch was anderes. Schön immer ein bisschen kalt abbrosen. Nicht wüssten. Richtig reinschallern, weil das ist jedes Mal eklig. Und viele sagen, ja, man gewöhnt sich dran. Ohne Witz, ich gewöhne mich schon dran. Doch, doch, doch. Man gewöhnt sich dran. Ich mache das jetzt seit, keine Ahnung. Man schafft es immer länger, sag ich mir so, und es juckt immer weniger. Ander und halb, zwei Wochen und dann, ohne Witz, man merkt richtig, wie alles so pulsiert und so, ne? Und kennst du das? Dann denkst du, hier ist gerade so richtig schön kalt. Man aktiviert komplett sein ganzes Lackensystem. Und dann muss ich hier so, da muss ich, 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 und jetzt gibt es Kaffee für den Boost de la Mousse. So ein Ding ist das, Leute. Ja, das ist ja. Viel zu heiß, wenn wir jetzt trinken, oder? Nee, nicht trinken, nee, du stirbst dann. Okay, Freunde, jetzt gibt es erstmal wieder richtig geile, selbstgemachte Burger, ohne Fokus auf die Kalorien, also wir gucken jetzt nicht, dass die irgendwie extrem wenig Fett oder so haben. Die werden sogar so viel Eiweiß haben, weil da Fleisch drin ist. Ja, man, Leute. Erstmal Zwiebeln schön karamellisieren, das ganze bisschen einschwenken mit Butter und Öl, Freunde, das ist der Trick. Butter für den Geschmack, Öl, damit es nicht verbrennt. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier ein Low-Fett-Fleisch, das ist ungefähr die Hälfte, und die andere Hälfte sind ganz normales Fleisch, wir machen das einfach wegen dem Taste. Das heißt, das wird erstmal so luftig zusammengerührt, damit das so ein bisschen eine Masse ist. Okay. Dann, Freunde, der Käse kommt nicht drauf, sondern... Das wird erstmal so reingerührt. Dann nehmen wir das Ganze einfach. Nicht zu sehr zusammenpressen. Und so soll es am Ende ungefähr aussehen. Schön, dass die Dinger richtig schön durch sind, schön weich. Und ich richtig gut aufs Gleiches legen muss. Jetzt kommen wir ans Belegen. Ganz easy, Brioche-Brot. Zack. Mayo. Und obendrauf ein bisschen Steak-Sauß. Auch ganz, ganz locker. Keine Zeit beschwemmt. Schnelle Burger. Die werden saftig, Leute. Boom. Juicy. Und dann kommen unsere karamelisierten Zwiebeln drauf. Das war's, Leute. Guckt euch das an. Jetzt kommen wir zum wichtigsten, und zwar zum Geschmackstest. Genau, das sind jetzt quasi, wie gesagt, die ungesunden Burger. Sieht auf jeden Fall schon mal für Milchzehen von Zehen aus. Mit den karamelisierten Zwiebeln. Digga, guck mal die Soße. Kein Cheese noch drauf, weil Cheese schon drin ist. Und ja, wir sagen... Taste it in, Leute. Boah. Die Zwiebeln dominieren, aber sehr positiv. Beziehungsweise legen sie richtig gut aus Fleisch. Das Fleisch ist schön knusprig, wegen dem Käse da drin. Kann ich mehr sagen. Kombiniert einfach heftig gut. Vor allem die Soße schmeckt auch richtig gut. Wie gesagt, sehr simpel, geht auch sehr, sehr schnell. Schmeckt überragend. Und ich würde sagen... Essen wir mal, ne? Und wir sehen uns morgen früh wieder. Tja, bis mal früh. Falls ihr mir gestern nicht geglaubt habt, beziehungsweise vor zwei Minuten, dann solltet ihr mir auf jeden Fall jetzt glauben, es ist einfach auf einmal der Winter ausgebrochen und ohne Spaß. Bei mir ist es immer so, okay, Schnee so im Dezember, ist chillig, Silvester geht auch noch. Aber sagen wir ab dem 3. Januar, ohne Spaß, ab dem 3. Januar ist für mich immer so, boah, jetzt kann der Frühling kommen, jetzt ist es schon Frühling, jetzt kann der Sommer kommen. Und Winter hat erst nichts verloren für mich im Januar auch, wenn es offiziell Winter ist. Also es ist schon schön, besser als Grau, aber Sonne wäre noch schöner. Okay, Freunde, wir sind bereit, rauszugehen in die Kälte, denn wir wollen euch schönen Burger presentieren. Da sind wir auch schon wieder, ne? Junge, warum wünsche ich nicht, wenn ich gerade geweint habe, Mann? Ja, warum hat Willi geweint? Wir machen nämlich hier die nächsten Burger ready, wir haben alles da, Zwiebeln werden genau gleich gemacht. Genau gleich, ein bisschen weniger Butter als gestern, weil gestern haben wir richtig reingeschallert, also minimal, da kann man natürlich auch mal drauf achten, wir müssen aber nicht den großen Unterschied machen. Hier, das sieht jetzt ganz, ganz genau so aus wie gestern. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir jetzt einfach nur Leitprodukte benutzt haben und wir haben einiges an Kalorien gespart, aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Burger an, wenn die fertig sind, ob die gleich aussehen, ungefähr gleich gut schmecken. Wobei, die Soße können wir zeigen. Soße, Freunde. Wir werden nämlich heute keine Mayo nehmen, sondern Miracle Whip oder Miracle Miller Balance Monce. Es gibt auch noch einen So Leicht, das hat noch weniger Kalorien, das gab es aber nicht. Und So Leicht, finde ich, schmeckt so ein bisschen nach Plastik. Und da ist so ein bisschen Ziracha Hot Sauce rein, damit kann man auch einiges machen, davon braucht ihr nicht so viel, das ist ein echt krasser Geschmacksgeber, sage ich mal. Ja, Mann, jetzt machen wir die Burger. Brötchen bleiben die gleichen. Genau, hier ist noch so ein Ding, also wir könnten natürlich jetzt auch vollkommen Brötchen nehmen, vollkommen Buns nehmen, aber sind wir ehrlich, wenn man Bock auf Burger hat, dann hat man Bock auf geile Burger und ich persönlich feier vollkommen Buns absolut nicht, sondern die eigentlich waren sind meines Erachtens nach Brioche. Brioche. Manchmal Sesam. Manchmal. Sesam Brioche. Sesam Brioche. Let's go. Zack, Fleisch ist fertig, Soße ist auch fertig. Guck dir das. So, so nice drauf. Burger sind einfach Liebe, Leute. Guckt euch das an. Vor allem mit dem Käse im Fleisch, vertraut uns, das ist echt sehr geil, sehr simpel. Man könnte jetzt auch noch Käse drauflegen, wenn man wollen würde, für den Darug Cheese Effekt, aber glaubt mir, das reicht so. Ja. Hier jetzt nochmal schön rein, zack. Erstmal für den Geschmack, das Ausziehen wichtig. Ja, Mann. Sehr gespannt, Leute, ob die an die Burger von gestern drankommen. Ich bin sehr zuversichtlich, rieche natürlich wieder super lecker. Und, äh, ja. Zu den Kalorien kommen wir gleich übrigens. Aber erst mal anstoßen. Erst mal anstoßen. Und probieren sie doch jedenfalls schon wieder. Saftig knacktig aus. Saftig aus. Boah. Boah. Ich sag euch ehrlich, dieser Burger hat knapp 300 Kalorien weniger. Schmeckt ein bisschen anders durch die Hot Sauce, die wir reingeballert haben. Der schmeckt einfach nur ein bisschen leichter. Der schmeckt ein bisschen leichter, aber wir jetzt auch nicht mehr so einen Käse haben, der richtig vollfett ist. Genau, aber vom Geschmack, vom Aroma und so, sind die auf einem Level. Ja, Mann. Also vertraut uns, macht beide nach. Macht beide nach, probiert beide. Und das Ding ist, am Ende des Tages, was ist gesund, was ist ungesund, es kommt immer darauf an, dass der ganze Tag, die ganze Woche irgendwo, passt in euer Leben und dass ihr das Ganze auch integrieren könnt, wenn ihr den ganzen Tag nur Brokkoli mit Früchten und was weiß ich esst und euch durchquillt und nie so Sachen integriert in eure Ernährung, dann wird es auf lange Sicht einfach schwer, eure Ziele zu erreichen. Genau. Egal, was für Ziele ihr habt. Genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man auch diese Balance hat, dass man sich auch mal was gönnt, das machen wir natürlich auch, aber im großen Bild soll das natürlich auch alles passen, damit man eine gute Form hat und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, eine gute Form zu erreichen, dann meldet euch bei uns unten in der Beschreibung ist unsere Website, tragt euch da ein, wir helfen euch dabei und ja. Das war's mit dem Video, lasst ein Like da, falls ihr ein bisschen geguckt habt, dann like das bitte. Abonniert auf jeden Fall auch, es haben extrem viele Leute, die regelmäßig unsere Videos gucken, nicht abonniert, dann abonniert auf jeden Fall jetzt, lasst einen Kommentar da und wir sagen bis zum, nächsten Mal, guten Püß! Bis zum nächsten Mal.